Beachte bitte unseren Disclaimer. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Chartchecks. Ich bin Marcel von Modern Value Investing und möchte mich erstmal bedanken an alle die Nicken, die mir gratuliert haben zum runden Geburtstag. Der liebe Philipp hat mir eine App-Wei-Aktie geschenkt. Darüber habe ich mich natürlich sehr, sehr gefreut. Also an dieser Stelle nochmal Dankeschön. Und dann haben wir heute natürlich auch noch was für euch mitgebracht, und zwar wieder acht Charts, die gegebenenfalls sehr interessant sein könnten. All das sind Vorschläge aus der Community. Gerade auf Instagram habe ich hier einige Vorschläge bekommen. Also wenn auch ihr gerne ein Unternehmen betrachtet haben wollt, dann einfach auf Instagram gleich schreiben in die Story, die ich dann einmal vorgebe, und dann dort einfach den Vorschlag ganz normal eintragen. Und jetzt wünsche ich natürlich ganz viel Spaß. Beginnen wir mit dem ersten Unternehmen, und das ist die Home Depot. Der liebe Tobi hat es vorgeschlagen, und man muss sagen, Home Depot, eine langfristig wirklich starke Aktie. Für alle Buy-and-Roth-Anleger ist das sicherlich ein Wert, den man wirklich einfach liegen lässt und die Dividende einsammelt, die Kurssteigerung mitnimmt. Also wirklich ein richtig solides Investment. Allerdings kurzfristig muss man sagen, nachdem hier der Chart ausgebrochen ist aus diesem kurzfristigen Trend, muss man sagen, dass man hier einfach eine gewisse Überbewertung sehen kann. Ein Riesenanstieg, ja, das mag erstmal schön für alle Investierten sein, aber es ist eine Momentaufnahme. Das heißt, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass es hier nochmal runter geht, denn nach solchen Anstiegen ist eine Konsolidierung immer realistisch und auch sehr wahrscheinlich. 15% Rückschlagspotenzial sind es aktuell. Natürlich kann der Kurs weiter steigen, möglicherweise, aber wer jetzt reingehen möchte, der sollte wirklich erstmal warten, bis die Aktie wieder runterkommt. Das ist eigentlich immer so in einem intakten Aufwärtstrend. Werden neue Allzeithochs gebildet, wie wir es eben jetzt hier gesehen haben, und dann wird es erstmal einen Rücksetzer geben. Daher, wer noch nicht dabei ist, an der Seitenlinie stehen geblieben ist, weil er eben den Einstieg noch nicht gefunden hat, der sollte es auch bleiben. Aktuell kein Kauf, definitiv nicht. Wartet noch, bis der Rückschlag kommt, ob das jetzt 15% oder 10% sind. Das können wir ja noch beobachten, das wissen wir natürlich auch nicht, aber warten, abwarten. Wahrscheinlich so bis zu 15%, weil natürlich dort die alten Hochs waren oder eben auch hier die Trendlinie, die häufig auch als Unterstützung dann wieder dient. Bei einem Holdanleger soll das natürlich nicht weiter triggern. Für diejenigen, die kurzfristig reingegangen sind und sagen, ja, nehmen wir doch mal Gewinne mit, kann man auch machen. Warum nicht, würde sich gerade recht ordentlich anbieten. Für diejenigen, die schon lange investiert sind, nicht verleiten lassen und nicht aktionistisch werden, denn die Frage ist natürlich, ob die Steuer höher ist als der Rücksetzer, der bevorsteht, daher auch da immer rational vorgehen und nicht irrational. Aber für alle, die an der Seitenlinie sind, noch nicht reingehen. Gehen wir weiter mit einem Unternehmen, was noch gar nicht so lange an der Börse ist. Zimbo auf Instagram hat uns das vorgeschlagen und das ist Context Logic. Context Logic, kennt das schon jemand? Ist natürlich Wish. Wish ist an die Börse gegangen unter dem Namen Context Logic und eben noch nicht allzu lange mit dabei. Deswegen ist hier natürlich eine Chart-Technik relativ schwierig. Aber was wir schon erkennen können, sind die immer wertenden tieferen Tiefs. Und das ist erstmal natürlich ein Abwärtstrend und wiederum kein Grund, unbedingt jetzt einzusteigen. Denn ein Abwärtstrend könnte sich weiter fortsetzen. Die Bewertung ist jetzt auch nicht unbedingt extrem gering. Sie ist jetzt auch nicht extrem hoch, aber liegt natürlich auch daran, dass Experten hier natürlich auch immer wieder Bedenken haben. Denn manche Kennzahlen bei Wish sind eben nicht so, wie es bei anderen Online-Shops sind. Unter anderem eben die Bestellrate von einer Person. Also hier ist es ganz häufig zu beachten, dass ein Neukunde ein neu bestellt und dann eben nicht ein zweites Mal wieder auftritt. Auch in längeren Zeiträumen nicht wieder neu bestellt. Das heißt, die loyalen Kunden sind hier relativ gering. Und wenn man einmal den Markt durchwischt hat, dann kann es natürlich sein, dass man dann eben wenig Neukundenakquise bekommt, sodass man sich ja viel Geld in die Hand nehmen muss, um wieder doch irgendwo Kunden zu finden. Und ihr wisst alle, als Werbepartner oder überall beim Scrollen auf Instagram, Facebook, wo auch immer, hat man natürlich sehr viel Werbung von Wish bekommen. Das heißt, hier hat man die Marktdurchdringung vor allen Dingen sehr aggressiv, mit sehr viel Geld betrieben. Das muss natürlich auch durchhaltbar sein und das muss auch erwirtschaftet werden. Insofern sind das alles so fundamentale Risiken, die mich jetzt hier auf jeden Fall fernhalten lassen würden. Natürlich auch der Chart, der sich eben nicht in einer guten Verfassung zeigt, weshalb ich hier wirklich, naja, Seitenlinie mal mit beobachten kann man durchaus machen und natürlich hier auch wirklich ganz genau fundamental hinschauen, ob sich solche Kennzahlen verbessern oder eben nicht. Daher nicht überreagieren und nicht gleich reinspringen. Nur weil es günstig aussieht, ist es nicht eben günstig und deswegen Context Logic oder eben Wish erstmal meiden. Gibt sicherlich bessere Investments zurzeit. Weiter soll es gehen mit Chinko Solar. Und Chinko Solar, ja, immer wieder ein Thema, doch sehr, sehr häufig, muss man sagen. Und jetzt hatte man, wir hatten es ja jetzt erst im Aktiencheck gestern, und deswegen vielleicht langweilt sich jetzt der eine oder andere, aber man muss jetzt hier nochmal charttechnisch genau hinschauen. Denn man muss sagen, dass nachdem hier die Seitwärtsphase, nach dem riesen Anstieg, den wir gesehen haben am Ende letzten Jahres, dass man hier jetzt, naja, schon ein bisschen Geduld hatte, in einer sehr volatilen Phase, aber dann der Ausbruch nach unten geschehen ist. Und das ist ja immer ein schlechtes Signal. Ja, hier war es noch beim ersten, ich zeige es jetzt noch mal, indem ich es markiere, hier war es noch ein Fehlausbruch, denn der Kurs ging sofort wieder zurück. Aber eben hier drüben dann war es eben kein Fehlausbruch. Der Kurs konnte nicht wieder zurück in diese Range rein. Und das heißt, dass es weitere Abverkäufe gab, der Verkaufsdruck erhöhte sich, und es ging weiter und weiter und weiter nach unten. Nun sehen wir hier bei 34,50 haben wir die Hochs von vor vielen, vielen Jahren, also von 2014. Hier, zack, da haben wir natürlich jetzt eine gewisse Unterstützung, die hat sich auch mittlerweile schon doch recht gut ergeben. Und der Abwärtstrend, der sich jetzt hier eben frisch gebildet hat, einmal die Linie, die ich hier gerade nachzeichne, ist, naja, die ist erstmal steil, was natürlich für die Prozente für alle, die investiert sind, unter anderem auch mich, Disclaimer-Hinweis, nicht sehr schön, aber man muss sagen, wenn die gebrochen wird, ist es erstmal zumindest ein Kaufsignal. Und jetzt, heute, wir sehen es hier oben, 3,69% im Plus vorbörslich, das heißt, wenn die Aktie das halten kann, und hier nicht weitere Abverkäufe währenddessen des Tages eben hier generiert, dann könnten wir hier einen nachhaltigen Ausbruch schon gesehen haben und eben auch heute schon direkt an diesem Abend einen Kaufsignal getriggert bekommen. Das heißt, hier kann man dann den Einstieg finden und dann auch die Aktie laufen lassen, denn das wird ein Kaufsignal sein. Ob das jetzt so stattfindet, wir werden es erst wissen, wenn der Handelstag zu Ende ist, also heute Abend 22 Uhr, Jingo Solar sollte also nicht unbedingt sehr viel tiefer enden, als das eben jetzt hier starten könnte. Werden wir also weiter beobachten, für diejenigen, die sagen, wollte ich immer mal rein, es ist jetzt eine sehr, sehr gute Gelegenheit, langfristig Fuß zu fassen, auch wenn die Zahlen nicht überragend waren, sind doch die Aussichten immer noch recht solide, denn weltweit wird es natürlich grüner und davon wird auch Jingo Solar auch weiter profitieren. Der liebe David hat übrigens den Vorschlag gebracht. Danke also auch an dieser Stelle. Ein weiteres Unternehmen, was heute mit dabei ist und was ich sehr, sehr spannend finde, ist die Aktie von Protolabs. Lange, lange, lange habe ich sie auch schon mal verfolgt und jetzt muss ich sagen, ist es auch hier sehr, sehr interessant. Protolabs, perfekt für viele Trader. Protolabs, ein Anbieter von Einzelfertigungen für eben 3D-Druck, wo man noch, ich sage mal, ein spezielles Produkt haben kann und dann eben hier das Ganze aussourcen kann mit einem System, mit dem Programm von Protolabs und dann wird hier eine Miniserie oder eben ein einzelnes Produkt gefertigt und da ist die Nachfrage schon recht stark, muss man sagen und das Unternehmen wächst sehr, sehr solide und bringt auch gute fundamentale Daten mit. 2020 natürlich aufgrund Corona dann nicht so perfekt gewesen, aber man muss sagen, am Chart hat man hier Corona kaum erkannt und das macht es natürlich dann wiederum recht ansprechend. Ja, also auch hier ging es natürlich runter, aber es war jetzt nicht allzu lang. Langfristiger Chart, der hat zwar immer so seine Sprünge, dann hat er wieder seine lange Geduldsphase, die eben hier mit sich gebracht wird, um dann wieder extrem und enorm hoch zu gehen und dann doch wieder stark zu verlieren und das sehen wir auch jetzt, nachdem die Aktie hier richtig stark Fahrt aufgenommen hat und teilweise schon bei 280 Dollar war, ging es dann eben hier stark nach unten und befindet sich eben jetzt in einem wirklich sehr, sehr steilen Abwärtstrend, kurzfristigerseits. Unterstützungen sind jetzt eben hier bevor bei 104 Dollar und unter anderem auch bei 100 Dollar. Dort wird die Aktie spätestens sehr, sehr interessant, denn das sind hier die letzten Tiefs, wo die Aktie dann auch, ich sage mal, lange konsolidieren konnte. Ich könnte mir vorstellen, dass wir da wirklich so einen Boden sehen, der sich dann bildet, aber andererseits muss man natürlich sehen, wer so viel Verkaufsdruck erzielt, kann natürlich auch weiterhin verlieren. Das kennen wir ja von vielen anderen Aktien. 62 Prozent seit dem Hoch verloren, ja, das war eine Überbewertung und das ist natürlich dann auch hart für alle diejenigen, die da oben eingestiegen sind. Man sieht aber hier, und das ist mal toll als Signal, als Kerzenmuster, dass man doch sieht, an der Kerze erkennt man, dass Abverkäufe bevorstehen. Ja, gerade hier sehr bullig gestartet, dann extrem in die Höhe gegangen und im Laufe des Tages wurden diese Käufe, diese Zukäufe immer weiter abverkauft, der Kurs ging immer weiter runter und konnte eben hier die neuen Hochs nicht halten, was immer ein Trendumkehrsignal ist und das hat man eben hier gesehen, da ging es schon scharf nach unten, dann konnte sich der Kurs wieder stabilisieren, es ging wieder scharf nach oben, keine Frage, aber auch hier wieder die Hälfte der Kerze wieder abverkauft, am nächsten Tag nochmal ganz komplett abverkauft, weshalb dann eigentlich die Kursgewinne von diesem Tag wieder weg waren und dann eben im Zuge der Attack-Korrektur, den wir zuletzt gesehen haben, ging es auch hier wieder scharf weiter nach unten. Daher durchaus eine gute Idee, der liebe Stefan hat das einmal vorgeschlagen, hier könnte man tatsächlich, so langsam oder sicher, eine Kauforder platzieren, entweder bei 100 Dollar, dass man sagt, ich gehe jetzt hier unten bei den Unterstützungen irgendwo in dem Bereich hier unten rein und kaufe zu oder wer noch ein bisschen sicherer gehen möchte, der kann das so ähnlich handhaben wie bei Cinko Solar und wartet hier tatsächlich auf den Ausbruch über diese Trendlinie. Wenn das klappt, sind die Kaufsignale da, der Chart wird wieder etwas heller und man kann durchaus überlegen, eine Position zu eröffnen, muss aber hier immer mit betonen, dass es vielleicht nicht unbedingt das Buy-and-Hold-Investment sein muss, ja, also hier kann es halt auch immer ein bisschen schwierig werden, vor allem weil auch so stark und so schnell mal Übertreibungen stattfinden, wo dann doch die Gewinnmitnahmen sehr, sehr wahrscheinlich sind und das sieht man auch hier, das haben nicht nur wir jetzt erkannt, sondern tatsächlich auch Investoren, die hier doch immer wieder mal kurzfristig Gewinne sichern und dann schnell wieder rausgehen und unten wieder einsteigen. Also wir warten mal, wir schauen auch mal hier das Volumen, das hier doch recht hoch ist, das könnte sich hier weiter beruhigen, das sieht schon ganz gut aus, dass man dann hier doch einen Ausbruch generieren kann. Ich selber halte mich hier weiter noch an der Seitenlinie, bei einem Ausbruch werde ich dann auch alarmiert, das heißt, so kann ich nicht unbedingt so viel zu spät kommen. Schauen wir mal, wie das dann so weitergeht. Portolabs, doch interessant, vielen Dank. Wenn auch du einen guten Vorschlag hast für einen Chart, den wir hier mal montags betrachten möchten, dann komm bitte einfach mit auf unsere Instagram-Seite, hier findest du nicht nur tolle Beiträge und auch interessante hoffentlich, sondern eben auch bei den Storys dann jeweils die Vorschläge für den kommenden Chart-Check. Das letzte Video findest du immer wieder hier oben schon in unserer Bio und deswegen kannst du auch hier immer wieder schnell zu den Videos rüberschalten. Ansonsten freuen wir uns natürlich, wenn du uns auf Instagram folgst. Weiter geht es mit dem nächsten Unternehmen. Gianni und der liebe Tim haben einmal vorgeschlagen, doch die Aktie von Roche einmal näher zu durchleuchten, zumindest Chart-Technik und da habe ich mich nicht lumpen lassen und Roche, muss man sagen, ist ja auch so ein Dickschiff, kann man kaufen, liegen lassen, muss natürlich immer, doch ich sag mal, damit rechnen, dass man jetzt hier keinen Ten-Bagger hat, keinen wirklichen extremen Anstieg vollführen kann, aber man muss sagen, insgesamt langfristig als Investor hat es sich natürlich trotzdem gelohnt, vor allem auch aufgrund der hohen Dividende und die Jahresrendite passt im Schnitt auch recht gut. Jetzt hat man ja dann nach der Corona-Krise recht schnell festgestellt, nachdem ja auch bekannt wurde, dass Roche die Tests hat, auch teilweise mit Medikamenten doch punkten möchte, sieht man eben auch, dass man recht schnell wieder aus dem Corona-Tief herausgekommen ist, aber seitdem gibt es nur Minus. Gibt es nur Minus, der Rent, der kurzfristige und mittelfristige erhält weiter an, jetzt schon mittlerweile ein Jahr, geht es eben hier abwärts und das heißt wiederum für Investierte durchatmen oder dann eben doch mal bald aufstocken, denn langsam wird es spannend. Der Abwärtstrend eben hier zu sehen, aber die Unterstützungen sind eben auch schon recht stark. In den letzten Handelswochen und Monaten ist es eben so, dass die Tiefs immer wieder gehalten haben. Wir sehen eben keine neuen Tiefs, was das Ganze eben attraktiv macht, um vielleicht einen Boden gebildet zu haben, sollte der Kurs hier oben drüber gehen. Einmal so wie gerade schon bei Jinkotala, bei Protolabs, dann hat man hier auch wieder ein Kaufsignal und das Chartbild, das hält sich weiter auf und wir sehen dann auch wieder etwas stärkere Zukäufe. Das heißt, der Aufwärtstrend wird dann weiter fortgesetzt. Langfristig würde das auch passen, da man hier doch immer wieder solche langfristigen Phasen sieht. Natürlich waren die hier deutlich länger, aber mittlerweile muss man sagen, hat Roche auch ein bisschen am Unternehmen gearbeitet, das fundamental ein bisschen attraktiver gemacht, weshalb man hier durchaus erfolgreich einsteigen kann als Bayern Hold Anleger. Dennoch aber abwarten, noch ist die Linie nicht durchbrochen, es sieht auch nicht aus, als würde es heute passieren. Man muss auch sagen, die Slow Storastik zeigt, dass man schon fast im überkauften Bereich ist, das heißt, ein Rücksetzer auf die 300 Schweizer Franken sind sehr, sehr wahrscheinlich. Daher noch warten, noch nicht überreagieren und vielleicht dann einsteigen, wenn das Szenario wieder passt. Ein Unternehmen, was wir doch schon auch im Aktiencheck hatten, ist vor allen Dingen Huia. Huia hat die liebe Vanessa uns vorgeschlagen und Huia, man muss sagen, es mir nicht so gefällt, ist, dass Huia einfach noch nicht wirklich oder noch nie einen richtigen Aufwärtstrend gebildet hat, langfristigerseits, denn wir haben hier ein Unternehmen, was seit dem IPO ihr abgefallen ist und seitdem in einer wirklich endlosen Seitwärtsphase verläuft. Man hätte sagen können, ja, einen Ausbruch gab es schon, das ist richtig, das sieht man hier nämlich gleich Anfang dieses Jahres oder im Februar war das ein Ausbruch oder hohem Volumen, das ging super hoch, aber dann die Tech-Korrektur hat dafür gesorgt, dass dieser Ausbruch zu einem Fehlausbruch generiert wurde, starke Abverkäufe, im Zuge dessen ging es dann sogar auf die alten Tiefs, was hier die rote Linie einmal markieren könnte oder was das einmal markiert und auch zeigt, hier kann man durchaus den Einstieg wagen, wenn man wirklich überzeugt ist, dass man Huia kauft oder dass Huia auch langfristig erfolgreich sein soll, kann man durchaus dann natürlich jetzt machen, trotzdem abwarten, dass man hier nicht noch weiter drunter läuft, ja, kurzzeitig ging es schon, aber man muss sagen, so richtig nachhaltig war eben hier der Ausbruch nach unten nicht, aber es wackelt, ja, man muss sagen, es wackelt, wenn man wirklich sicher gehen will, sollte man vielleicht warten, vielleicht gibt es bei 15 Dollar etwa nochmal die Chance einzusteigen, Huia, gerade vielleicht für Trader interessant, wenn man sagt, jetzt gehe ich rein und hier oben wieder raus, dann hat man ja fast Verdopplungspotenzial, das darf man ja nicht vergessen, hochvolatil die Aktie, nichts für schwache Nerven, also liebe Vanessa, wenn du jetzt vielleicht ihr Minus nicht so gut erträgst im Depot, dann doch gerne erstmal an der Seitenlinie bleiben und hier nicht überhastig einsteigen. Für Trader, die sagen ein bisschen Rückschlagspotenzial, kein Problem, dann warum nicht, gern mal die Position wagen und daraus lernen, beziehungsweise dann Gewinne mitnehmen. Dann ganz häufig habe ich es gehört, unter anderem vom lieben Fabian, der hat uns doch vorgeschlagen, Mensch, ich weiß, ihr habt es schon öfter gebracht, weil gerade auch beim Chartcheck, also diejenigen, die von der ersten Folge mit dabei waren, die wissen genau, Palantir ist immer wieder mit dabei und auch jetzt wieder interessant, die Nachrichtenlage ist ja recht positiv, also nicht nur Neukunden, sondern eben auch, dass man mithilft bei der Pandemiebekämpfung und dass es doch wirklich starke Resonanz gibt für die Programme Gotham und Forntree von Palantir. Der Datenanalyst ist eben hier immer beliebter und zeigt, dass die Produkte der Firma auch wirklich Mehrwert bieten kann bei den jeweiligen Unternehmen, bei der Anomalienauslese der Daten. Und so muss man sagen, hat der Chart eigentlich nicht viel verloren. Das sieht zwar alles ein bisschen sehr träge aus, aber man muss halt über den Zeitraum auch sagen, dass das eine Korrektur ist, die nach wie vor in der Takt ist, die nicht wirklich bedenklich ist. Ja, es geht zwar optisch immer einen Ticken tiefer, aber mittlerweile in den letzten paar Monaten hat sich der Kurs eigentlich gehalten. Es ist mehr in der Seitwärtsphase geworden. Neue Tiefs haben wir nicht gesehen. Spätestens die Unterstützung bei 21 Dollar hat gehalten und hat wieder zu Zughäufen geführt, was ja wiederum positiv für die Aktie ist. Wer jetzt eben einsteigt, der hat hier die Chance, dass es doch relativ schnell mal wieder nach oben startet. Sicher, aber muss man sagen, ist es auch immer noch ein volatiler Wert, der hier und da mal recht viel gewinnt und wieder mal viel verliert. Weshalb das Ganze auch eher etwas ist für starke Nerven und nicht für die klassischen Ich-will-ruhig-schlafen-Nachts-Menschen. Also aufpassen, Palantir hier gewiss, nicht ganz ohne. Ja, man kann hier durchaus für diejenigen, die teurer eingestiegen sind, können auch gerne mal nachkaufen, aber auch nicht übergewichten. Das ist ganz wichtig in diesem Punkt, dass man hier nicht sagt, ja, der Poanteil, weil ich das dritte Mal nachgekauft habe, solltet ihr 15% haben. Nein, bitte nicht. Also haltet doch das Ganze überschaubar. Das Risiko sollte nicht zu hoch sein. Palantir ist auch jetzt charttechnisch nicht unbedingt an dem Punkt, wo man sagt, jetzt könnte man nicht hier extrem kaufen. Wir sehen zwar, dass der Rücksetzer auf die Linie, auf die damalige Ausbruchslinie eben stattgefunden hat. Meistens könnte das neue Käufer hinzuführen, aber gegebenenfalls trifft man eben hier auch noch mal die 21. Wenn es richtig misst wird, dann geht das auch hier noch mal drunter und dann sehen wir natürlich noch weitere Abverkäufe in Richtung 15. Darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen, dass das Rückschlagspotenzial da ist. Die Slow Storastik verrät uns aber, dass wir hier schon mit auf dem Weg der normalen, ja, also nicht überkauft, nicht überverkauft, sondern irgendwo dazwischen ist. Das heißt, es ist nicht wirklich abzusehen, ob der Kurs heute fällt, heute steigt. Wir werden es erst wissen, wenn der Tag vorbei ist und man kann nichts verpassen. Das ist eben das Positive, was man daraus lesen kann und schließen kann. Wir werden nichts verpassen, denn die Aktie kann weiter sinken und dann können wir die Chance durchaus nutzen. Eine Aktie, die gerade jetzt noch im Bereich Weltraum durchaus interessant ist, denn ihr wisst, Weltraum-Aktien sind irgendwie jetzt mittlerweile gefragter, denn je irgendwie die Reise zum Mars wird irgendwie offensichtlich immer realistischer, ja, mit SpaceX und Virgin Galactic und wie sie alle heißen, sie sind natürlich auch große Player, die auch teilweise hoch bewertet sind, also auch gerade noch nicht an der Börse gehandelt, aber trotzdem sehr hoch bewertet sind, viel Fantasie mitbringen und deswegen habe ich mal jemanden solid mitgebracht aus dem Bereich, die Katie Woods nicht mal so richtig auf dem Schirm hat, ja, leider nicht mit dabei bei dem neuen Fonds von Katie Woods und insofern ist die OHB sicherlich eine interessante Aktie, denn langfristig, muss man sagen, immer wieder etappenweise, ne, wirklich eine Treppe hoch, dann erstmal eine lange seitwärtsphase, wieder eine Treppe hoch, lange seitwärtsphase, also hier braucht man richtig Geduld, es sei denn, man ist schon lange investiert, dann lässt man das natürlich gerne laufen, aber innerhalb dieser Range einer Korrektur, die seit 2018 anhält, einer Seitwärtsphase, die wirklich unfassbar Geduld benötigt, für alle beiden Holdanleger, kann man sagen, als Trader kommt man natürlich voll auf die Kosten, denn immer wieder an den unteren Punkten kann man zukaufen, der Kurs geht hoch und dann verkauft man eben wieder und das machen ja viele, deswegen ist ja dieser Seitwärtstrend recht stabil, weil die Widerstände dann einfach zu groß werden, gerade hier in diesem Bereich, ab 45 Euro bis hin natürlich auch zu bis 50, fast 50 Euro hat man natürlich hier ein hohes Risiko, dass der Kurs wieder zurücksetzt und umso mehr dann eben verkaufen, desto wahrscheinlicher wird das Ganze wieder und dann fällt der Kurs wieder. Man muss aber sagen, fundamental ist OHB sehr gut aufgestellt, man macht Gewinne, man hat sichere Aufträge über Jahre hinweg und ist eben jetzt doch wieder recht attraktiv bewertet, sieht hier auch, dass der heutige Handelstag schon wieder recht positiv aktuell ist und der auch durchaus weiter laufen kann und der Weg jetzt in Richtung 40 zumindest schon mal frei ist, das heißt schon wieder 10 Prozent, die hier möglich sind und darüber hinaus natürlich auch bis 45 oder eben langfristig schon einsteigen. Insgesamt OHB doch eine Deutsche aus der zweiten Reihe, ein bisschen Hidden Champion möchte man sagen, doch eine tolle Aktie, die man durchaus immer wieder auf dem Schirm haben sollte. Dann Sidekicks natürlich, darf man nicht vergessen, dass wir noch die Aktien von CrowdStrike haben, die wir ja letzten zwei Wochen schon beobachtet haben. Erst war der Ausbruch hier noch nicht stattgefunden, so wie wir es eben bei Cinko Solar gesehen haben, bei Porto Labs und auch noch bei einigen anderen, diese Linie wurde dann hier eben überschnitten, das war der Ausbruch, dann ging es eben weiter und man muss sagen, im Laufe der letzten Handelswoche erneut neue Zwischenhochs gebildet und weiterhin der Weg frei in Richtung Allzeithochs, das gefällt mir sehr gut, das sieht sehr bullig aus, man hat auch jetzt den gleitenden Durchschnitt 50 Tage überboten und zieht jetzt hier offensichtlich weiter nach oben, auch wenn der Kurs etwas unter, ja, unter 1% oder minus 1% eröffnet, aber das halb so wild, denn Volatil ist der Kurs natürlich trotzdem, aber eben auch insgesamt recht bullig, leider haben wir hier die Einstiegskurse nicht nochmal gesehen in diesem grünen Bereich, den Ausbruch, der ging mir zu schnell, um selber nochmal nachzuladen, schade drum, aber noch ist nichts verloren, der Weg bis 250 bietet ja auch noch einiges an Rendite. Ein weiterer Sidekick und auch der letzte Sidekick, da hat sich Flo noch gewinnt und zwar noch einen Zwischenstand zu Altria, die habe ich jetzt hier so noch nicht mehr gespeichert, da gucken wir doch mal so nach, Altria Group und sehen, ja, der Abwärtsrend, hier die gelbe Linie, der langfristige wurde ja überboten, was heißt natürlich, dass man hier wieder ein Kaufsignal generiert, ist das geschehen, ja, tatsächlich hält man sich darüber, es wurde nochmal konsolidiert auf diese Linie und seitdem, muss man sagen, hat der Kurs dann doch wieder ein bisschen Käufer generieren können, also vielleicht wirklich ein langfristiger Turnaround, ich bin sehr gespannt, als Investierter bei Altria wäre es mir natürlich gelegen, die Aktie wieder in Richtung Norden zu sehen, auch Cannabis, der Cannabis-Trend, der neu aufgeflammte, ist natürlich hier mit eingepreist oder wird so langsam mit eingepreist, daher muss man hier natürlich sehen, ob das fundamental oder auch von der Story stimmt, für alle Dinge, die investiert sind, unter anderem mich, ist es ja erstmal zumindest ein positives Signal, ein Lichtblick am Ende eines dunklen Tunnels, daher würde ich sagen, machen wir Schluss für diese Woche, zumindest den Chart-Check, im Laufe der Woche wird es noch den Fundamental-Check von Philipp geben, außerdem natürlich dann Ende der Woche wieder der neue Podcast und dann natürlich wieder einen Aktien-Check, wer den Aktien-Check von gestern noch nicht gesehen hat, gerne nochmal reinschalten, auch hier wieder interessante Unternehmen, unter anderem Paypal oder eben auch Lockheed Martin, ansonsten, wie gesagt, auf Instagram abstimmen und auf Facebook gerne uns auch folgen und da Beiträge, Fragen mit hineinstellen. Ich freue mich auf die nächste Folge und wünsche euch eine erfolgreiche, schöne Woche. Bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!